Wer ist der Verräter bei Five Nights at Freddy's? Leute, was? Die Animalschonics erwachen heute in der Pizzeria zum Leben. In dieser Zehn-Youtuber-Exceler-Runde Minecraft-Wolf. Lasst einen Like da, abonniert mich und gönnt euch euer Weihnachtsgeschenk. Denn in 12 Tagen ist Weihnachten. Shop.causwitz.com gönnt euch den Axolotl oder die Weihnachts-Edition. Konfigurator, so wie ihr es haben wollt. Aber Leute, heute hat er ja Geburtstag. Hey Leute, wir sind nochmal der Kausel von Witzig und willkommen zu einer brandneuen Folge Minecraft-Wolf. Mit dabei sind heute die Geburtstagskinder, nämlich Easy. Happy Birthday to me. Mit dabei ist Ryan. Happy Birthday to me. Yo. Mit dabei ist heute Julian, der wird heute 16. Ich werde heute 5 Jahre heute. Mit dabei ist Candy, der wird heute 4. Was geht nicht? Candy, wie lange machst du YouTube schon? 4 Jahre? Nein, 2. Du wirst 2 einfach alt. Ein halbes Leben. Mit dabei ist Tanja. Heute ist mein Geburtstag, warum feiern wir? Keine Ahnung, wie es weitergeht. Hello. Karin, mach du weiter? Eigentlich wollte ich meinen Geburtstag alleine feiern. Was machen die Leute hier? Alleine? Nein. Lukas, wie alt wirst du? 30? Hast du mein Geschenk dabei? Hast du mein Geschenk dabei, Flu? Ja, mein Geschenk ist, das kriegst du nach einer Folge, okay? Okay, okay. Ein Like und ein Abo. Ja, ein Like. Leute, lasst mal ein Like und ein Abo da bei uns allen. Vor allem auch bei Floschi. Hallo, warum sitze ich hier ganz alleine? Ey, könnt ihr da drüben, bitte ruhig sein, ich gehe hier alleine feiern. Ich setz mich zu dir. Hallo. Bist du endlich ein Glück und Wolf zu spielen? Ja. Ich kippe mich einfach. Mit der Beine ist Zop. Warum sind Zop da hinten? Du hast mich nicht eingeladen. Hä? Nur auf den billigen Kressen. Ja, komm. Leute, wir spielen heute auf der brandneuen Pizzeria-Map. Boom. Oh. Aber es ist nicht. Warte, wo gibt's die Pizza? Ähm, wow. Ja, das Ding ist. Ich bin Pizza-Bäcker, ich bin Pizza-Bäcker. Das Ding ist, warte mal. Warte mal. Pizza-Bäcker. Warte mal, Candy. Warte mal, diese Pizzeria kommt mir bekannt vor. Warum hast du wieder rote Patschikel? Nein, auf jeden Fall. Five Nights at Candies. Was? Five Nights at Candies? Five Nights at Candies. Oh nein. Ja, die Map kennt keiner von uns. Und ich würde sagen, let's go. Leute, die Map wurde nur für eure heutige Folge programmiert. Speziell. Ähm, grüß gerne an Ruby. Der hat sich ultra viel Mühe gegeben hier. Also unbedingt like und abonnieren, damit ihr so alles nicht verpasst. Junge, ihr seid in der Welt. Ähm, also ich weiß auch gar nicht, wie groß die Map ist oder irgendwas. Ich kenn gerne Secrets, kenn gar nichts. Aber ich bin Polizist, Leute. Und ich war bei meinen iTunes. Ich zeige euch, ich spawn mit der Desert Eagle. Und die ist, die ist, die ist der Freddy Fazbear. Oh mein Gott, äh, bist du hier? Mann, lass, lass mich. Hä, spielst du in Five Nights at Freddy's? Lass mich einfach in Ruhe, ehrlich Flo. Ich kann dir einfach nicht mehr vertrauen. Lass mich einfach in Ruhe. Hey, guck mal, nein, ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Guck mal, ich leg dir jetzt erstmal Handschellen an. Du gibst mir gar nicht. Ich setz dich an. Neue. Warte, okay, das ist schon ein... Hey. Hey, Kollege. Kann, ich bin's nicht. Ich bin Polizist. Ja, aber ihr habt es trotzdem verdient. Kann, guck mal, ich hier. Lukas, lass mal hier schauen. Was du verdient hast? Mann, ich kann nicht da hinkommen. Du hast mir Handschellen ange... Weißt du, wie langsam ich bin? Ich bin so langsam wie Dunja in Real Life. Höh? Ja, okay. Oh, wow, wow. Das sag ich jetzt, Dunja. Leute, wo ist denn das für ein Front? Junge, da drüben. Ich glaub, das ist der Main. Ist das die Five Nights at Freddy's 1 Map oder sowas? Kann das sein? Ich weiß doch gar nicht. Guck mal, hier ist so... Oh, Dunja hat den Tester gefunden. Hier so... Das Lagerraum. Oh, hier ist Foxy. Leute, ich hab, äh... Ich weiß nicht, wer es weiß. Guck mal, ist das Nightmare Freddy? Es gibt doch ein... Nightmare Fredbear. Keine Ahnung. Ist dies doch Freddy Fazbear? Leute, ich hab früher alle Five Nights at Freddy's 1 bis 4 gespielt. Sogar auf dem Kanal, Leute. Aber, ich bin jetzt nicht so in der Lore drin. Ich hab mal den Film gesehen. Und mir ganz viele Theorie-Videos anguckt. Junge, wo bin ich hier? Öffnet, schließt Tür. Okay. Alles klar. Es gibt jedenfalls einen Outdoor-Bereich hier. Und das Ding ist, bei neuen Maps ist es für Wölfe immer sehr einfach, Kills zu machen. Ich kaufe mir Dirk mal wieder, Willi, lieber. Hier ist ein Drive-In. Hier kann man einfach bestehen. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Kann mich jemand hören? Äh, hallo? Der für den Drive-In ist keiner. Aber hier, guck mal, hier. Richtig cooles Auto. Drive-In. Guck mal, hier draußen. Ey, ich find das voll schön, der Map hier. Hallo? Flauschi? Ja? Weißt du, wo die Mitarbeiter sind? Komm mal mit hier. Ich wollte Dirk-Kiste da hinten aufmachen. Äh, ich war noch gar nicht hier. Guck mal, hier. Hier steht Drive-In, aber... Spirrenlässigkeit. Aber hier ist nix. Guck mal, hier kann man nicht bestellen. Hier ist gar keiner. Sogar das Auto ist leer. Hä? Kann man mit dir... Bist du die Mitarbeiterin? Oh, nein. Ähm. Äh, oh, oh. Ähm, ich würd gern einmal die Nummer 3. Äh, ja, ja. Hö? Warte, wir müssen Julian suchen. Der hat das richtige Mikrofon für den Job. Warte. Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Wo ist er? Hallo? 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 Kann man hier bestellen? So viel, 40? Junge, hier bei der Drive-In. Was werden sie haben? Äh, kommen Sie mit, kommen Sie mit, kommen Sie mit. Okay, okay. Junge, die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter laufen aber echt überall hier. Hier, guck mal, ich hab hier... Ich stehe hier extra mit meinem, ähm, pinken, ähm, äh, McLaren. Wow, Bugatti. McLaren sogar, alter. Hä? Hier ist er da. Oh, oh mein Gott. Ähm, ja, also ich hätt gern einmal den McFredbear und den, ähm, ähm, Nightmare-Burger. Gibt's den hier ausverkauft? Was? Okay, ähm, äh, ich hätt gern den Mil- Den Milkshake? Ähm, Eismaschine kaputt. Hö, was habt ihr denn überhaupt? Äh, äh, Leggings. Äh, äh, Leggings. Äh, ich hätt gern einmal den Regenbogen-Burger. Äh, ich schau ihm nach. So, bitteschön. Einmal große Fritten. Kein Beef mehr. Beef? Habt ihr Schnitzel? Könnt ihr bitte mal, hallo, hallo, ich bin hier gerade am Bestellen. Könnt ihr bitte hinten in der Warteschlange warten? Ja, bei wem bestellt sie? Ah, da arbeitet jemand. Hallo, guten Tag, äh, einmal den Bestellung bitte. Ach, ich hätt gern einmal einen Schnitzel mit Pommes. Schatz, mach mal. Schnitzel mit Pommes, das macht dann 24.000 Dollar. Hö? Das ist die Inflation. Junge, das ist ja kriminell. Dafür werden sie erst mal angekettet. Oh, hey. Ryan. Dann, ihr habt einen Bogen auf euch geschossen und mich eingesperrt. Hö? Was? Ich? Was? Nein. Ich, äh, ich hätte mich in der Warteschlange geschossen. Du hast sie in die Mülltonik gesteckt? Äh, ich weiß doch nicht mal jemanden. Ja, sie hat mich da reingesteckt. Das ist Mobbing. Ich, was? Achso. Ey. Nein. Ich hatte nichts. Ich hatte nichts. Ey, guck mal, wart ihr schon draußen? Ich bin hier nicht. Hö? Das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Wir holen ihn. Hey, sie hat mich doch ins Mitarbeiter. Hey, auf wen gehen wir jetzt, so? Hey, auf wen gehen wir jetzt, so? Candy, 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 Candy. Ja? Ähm, ich würde gerne ein Auto kaufen. Was ist denn hier gerade in der Auslage? Also, dann haben wir verschiedene Fahrzeuge. Haben wir hier zum Beispiel. Ist das ein SUV? Das hier ist ein Ferrari. Ja, oh mein Gott. Oh, mich dreht's. Das ist ein bisschen, ich glaube, die Preise sind zu hoch. Dreh's nicht. Äh. Ähm. Ich habe den Preis auch noch gar nicht gesagt. Ja, ich glaube, ich ahne das schon. Das Auto bekommst du für einen sehr schmalen Preis. Und zwar kostet der Wagen nur ein Like und ein Abo. Ja, warte mal, das kann ich bezahlen. Oh, ich wollte einen Like da lassen. Ah, abonnieren. Was sind das für Felgen? Äh, 22 Zoll ist das. Die kann man sogar drücken, die Felgen. Und man bekommt sogar ein Totem geschenkt beim Kaufen eines Likes. Ein Eisachsel kriegt man da dazu? Ja, okay, ja, das ist schon ein unschlagbares Angebot. Aber wie kann ich überhaupt einsteigen? Hat das so moderne Türen? Ich habe gehörte gegen Autos für Likes und Abos. Nein, 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 nein. Leider das letzte Auto wurde jetzt gerade weggegeben. Können Sie mal die Motorhaube aufmachen? Ich will nicht sehen, was da für ein Motor drin ist. Äh, nee, ich habe das Auto nicht da. Ah, okay. Wie viele Pärs hat das Auto? Alle, alle. Alle? Okay, das ist schon. Ähm, okay. Er hat getestet. Er ist Wolf, er ist Wolf, er ist Wolf. Attacke, Attacke. Das soll das heißen. Das heißt, dass es gut drauf ist. Das ist fake. Das kann gar nicht sein. Guck mal, Candy, Candy. Ich zeig's dir. Ich zeig's dir. Kommt alle her. Guck mal, Handschellen. Oh mein Gott. Ich bin Polizist. Oh nein, jetzt bin ich ein Tester. Jetzt bin ich. Ich bin klar. Ah, ich sag Lukas, ich wollte mich baiten. Flo, 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 Flo. Hä? Ich war das nicht. Nein, warte mal, was hat Lukas jetzt getan? Nein, guck mal, ich bin Polizist. Ich bin Polizist. Ich verzeih. Ich hab von Anfang an gesagt, dass du das bist. Nein, ich bin's. Ich bitte. Wo hast du ein Totem her? Bitte. Wo hast du ein Totem her? Äh, von Candy. Wo hat er das her? Er hat das nicht von mir erlügt? Hä, was ist das? Ja, weiß ich jetzt nicht. Nur Wolf kann das alles. Okay, jedenfalls, wenn ihr da seid. Das kann eigentlich nur Flo sein. Ihr könnt mir helfen, die Falschparker anzuzeigen. Bitte, ich kann das nicht allein machen. Ich kann hier alles in Brand setzen. Ey, die Bus sehen voll schön aus. Ja, mach mal. Wow. Hä? Oh, danke. Ich weiß. Nein, ich sag, es ist Lukas. Äh, ich sterbe. Lukas, du wärst jetzt. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich werde deine Sachen nehmen. Nimm Totem, Nimm Totem, Nimm Totem. Ich werde deine Sachen nehmen. Candy. Oh mein Gott, Leute. Irgendwer hat mich manipuliert. Irgendwer ist einfach Schulbus. Was ist denn das? Wow, wie cool ist das? Oh, hier können wir sogar rein, oder? Wow, so amerikanische Schulbus. Hey, Leute. Da müsste ja Julian sein. Da müsste ja hier zur Schule. Kann ich hier irgendwo runter? Ich weiß aber ehrlich nicht, wer das ist. Aber die Map ist über cool. Guck mal. Die ist auch nicht so riesig. Leute, bewertet mal die Map. Wie findet ihr die? Im Wald? Ich glaube, man kann auch nach oben drauf. Höh. Das kann. Hallo? Jo. Höh, was macht ihr da oben? Na, Kar, du kommst jetzt her. Tops, Kahn hat mich mit der Granate beworfen. Ja. Na, Leute. Irgendwas ist hier ganz... Irgendwas faul. Oh! Was stecken die unter einer Decke? Warum lässt die Kahn einfach so Granaten werfen? Tops, du wirst jetzt erstmal befragt. Das ist nicht dein Ernst. Also, Tops, warum hast du Kahn gerade verschont, obwohl er mich mit der Granate beworfen hat? Hä? Ich... Warum hat Daniel eine Granate in der Hand? Äh, ja, ich finde die hübsch. Ich dachte, das ist eine schöne Blumenwahl. Oh, wenn er steckt... Ryan? Ryan? Ryan, ja, ich glaube ich. Ich bin nicht... Ryan, du wolltest Flauschen killen, habe ich gehört. Was? Wär das denn? Wow, wow, wow. Ist das Video beendet. Das ist ja harte Entschuldigung. Als Wolf. Wait, Schutzschild. Ich habe gerade Schutzschild aktiviert. Ja. Okay. Was mache ich jetzt hier? Kahn, du warst nicht gemutet. Sind wir jetzt geschützt? Weißt du was, Danja? Du kommst jetzt... Obwohl... Was? Ich? Was? Was ist mit mir? Was mache ich? Ich könnte dich jetzt ins Gefängnis schicken, weil ich bin ja der Officer. Ich will dich in Knaschen. Ich habe nichts gemacht, wirklich. Ich schwöre. Ja, noch nicht. Noch nicht. Sie hat schmerzt, der Kunde. Aber Kahn... Oh, was hat er für eine Waffe? Nein, Kahn, du kommst ins Gefängnis. Ey. Okay. Warte, wenn wir jetzt ranzoomen in die Sonne, sollten wir vielleicht Kahn sehen. Der ist da jetzt 30 Sekunden gefangen. In der Sonne? Ja. Ich habe ihn echt gerade gesehen. Sicher, dass er 30 Sekunden da gefangen ist und nicht eine halbe Stunde? Das sehen wir wieder im Laufe der Folge. Wie bei mir? Nein. Weißt du? Ich habe es reparieren lassen. So, jetzt geht es. Ja, ja. Das war... Gib mir was ab mal. Warum sollte ich hier was abgeben? Ich habe kaum Sachen für. Wo geht es hier hin? Oh, ich habe einen Wend. Leute, wer in Five Nights at Freddy's kommt noch mal durch den Wend? Balloon Boy. Oh, Balloon Boy. Julian? Ist das Freddy Fazbear? Ja, wer ist denn da... Ich schnapp mich bitte. Hallo? Wo bin ich? Hallo, Ryan? Hier, hinter dir. Hallo? Moin Kahn. Du bist bloß aus dem Gefängnis gekommen? Echt? Ja, hier. Ja, und wir werden dir wieder Handschuh angelenkt. Oh nein, nein, nein. Kahn hat mich mit Granaten abgebrochen. Was ist das Schmerz? Ja, aber hast du dich angegriffen, Flauschi? Du hast es in der Hand. Aber du hast es doch angegriffen. Mir wurden Wolfskostüme angelegt. Curse of Binding. Wir wurden... Was? Ja, deswegen, Flauschi. Ja, genau. Nein, ich sage, es ist Lukas. Aber warte mal, wer war da? Wer war da? Lukas und wer war da beim Test? Lukas ging testen und dir hat gesagt, ich soll testen gehen. Warte, Lukas und Candy. Lukas und Candy. Die können die Epo sein. Oh mein Gott, der Freddy Faustbär ist hier. Nein, es ist rein, auf jeden Fall. Der muss Lukas sein, oder? Ja, ich glaube, es ist Lukas. Ja, okay. Komm, ich bin Polizist. Guck. Ich gebe uns jetzt ein Schutzschild, okay? Warte, Beweis. Guck. Ja, gib. Ich habe noch nichts bekommen. Ah, ihr seht das nicht. Nein, 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 das sieht man nicht. Ja, okay. Ja, okay, dann müssen wir Lukas killen. Ich entschärfe alle Crates. Okay. Die waren wahrscheinlich gar nicht geschärbt. Oh, sorry. Das war ich. Ich habe alle unsichtbar gemacht. Oh mein Gott, das macht mich so hart. Ich wusste, dass der Polizist alle unsichtbar machen kann. Das kann ich noch kaufen. Hier hat einen Sinn. Okay, wir müssen unbedingt Secret Crates suchen. Ich gehe erstmal zum Drive-In, Leute. Warte mal. Geht es hier weiter? Oh, dieser Map ist gar nicht mehr so klein, wie man denkt. Ja, ich glaube ehrlich, es ist... Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, es ist Lukas und... Lukas und Khan? Oder Lukas und... Candy? Hallo, Topps. Florian? Lukas könnte es sein. Ja, Lukas und Candy, glauben wir. Oh, ich bin am Spielplatz. Hallo? Runter vom Spielplatz. Oh nein. Du bist zu alter für herunter. Oh, ich habe mir meinen Fuß gebrochen. Jetzt kann ich nicht mehr fast bridgen. Au, 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 au. Julian, Julian, komm mit. Julian, komm mit. Ich habe eine wichtige Aufgabe für dich. Freddy Fazbear. Das ist nicht so Freddy Fazbear. Oh, oh, oh. Julian, Julian, du bist perfekt gemacht. Dein Mikrofon. Oh, servus. Ich hätte gerne einmal in die Nummer B3 mit den Gutschern, 20% an Voucher. Äh, wegdorfen Sie auf Bestellung, bitte. Ich hätte gerne einmal in ein großes Spreit mit einer Bolle Bommes. Äh, ich verstehe Sie nicht. Ich könnte Sie ein bisschen deutlicher reden. Ich verstehe Sie nicht. Oh mein Gott. Ja, und ich hätte auch gerne einmal in einen Burger und an... An, 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 äh, also... Hier, in großen, in großen Burger. Bitte fahren Sie zum nächsten Schalter. Okay, okay, mach ich, mach ich. Wenn ich sage, Julian ist Geburt für die Rolle. Ich müsste mal eine McDonalds-Rolle einfügen. Okay, das Lager. Ich glaube, ich kenne mich jetzt so grob aus auf der Map. Man kann aber auch irgendwie aufs Dach, ähm, per Leiter wahrscheinlich. Okay, alles klar. Das ist so dumm, jetzt kann ich hier eine Rüstung anziehen stattdessen. Leute, ich dachte am Anfang immer, dass ich das Flausch hier würde. Das ist fucsi. Oh mein Gott, jemand schießt hier die ganze Zeit. Ähm, okay, was kaufe ich mir? Hirtensinn. Special Kiste. Macht den wieder bei mir wieder kaufbar. Aber ich hab schon einen. Und es, es leben noch alle. Also es sollte alles fein sein. Ja, die Map ist echt krass gemacht. Leute, welche... Oh mein Gott, was ist das für ein krasses Sieg? Schreibt mir in die Kommentare, welche Map soll ich als nächstes einfügen? Aus dem Spiel oder sonst was? Es muss eine coole Map sein. Also irgendwas, wo... Quasi, wo man gut umherkommt. Aber ich fand die Backrooms auch cool, weil die ist ein bisschen verwinkelt. Okay, Leute, ich checke jetzt mal die Kamera hier. Oh, ist Foxy noch im Ding, sind am Teppich, hinter dem Vorhang. Boom, Tja, Klicke. Oh, warte mal, ich kann hier wirklich... Hintertür geöffnet. Ich kann... Ich kann Türen öffnen und schließen wie im echten Five Nights at Freddy. Irgendwenn höre ich hier. Wen höre ich hier? Hallo! Herr Flauschi, komm mal hier. Wir können hier Buttons öffnen und Türen öffnen und schließen. Okay, Flauschi, ist herrlich. Bist du es? Du bist... Nein, du bist ein Scharf. Ich checke es erst, warum du ein Scharf bist. Hier. Ich habe zwei. Es ist gerade keiner... Ah doch, Karl ist tot. Ich habe ihn. Ah, ich wollte gerade sagen, der ist auf uns Haus, ich würde ihn lieber... Ach, ich weiß was. Jo, hier sind so Spielomaten, komm mal hier. Flo, Flo. Hä? Ich bin hinter dir. Oh nein. Bist du unsichtbar? Bin vor dir, hinter dir, über dir und unter dir. Äh! Ich hole jetzt ab hier. Wie weit kommt man hier rauf? Junge, das Dach ist richtig riesig. Okay, aber jetzt sehen wir hier von oben die ganze Map. Oh mein Gott. Attentate to redo. Leute, Leute, Überfall, Überfall. Von was? Pillager, Attentate to reduce. Lukas, verteidige dich jetzt mal hier. Hä? Wie soll ich mich verteidigen, wenn du mich direkt anreinst? Warum hast du gesagt, geh testen und hast du mir da vorne ein Wolf-Costüm angelegt? Habe ich nicht. Ich habe nicht mal gesagt, dass du mich testen sollst. Aber du bist vor mir testen gegangen. Ja, weil ich da reingelaufen bin aus Versehen. Hallo, 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 hallo. Ey, kann ich noch kurz darüber reden, dass Daniel hier, also, sorry. Ich? Warum werde ich denn jetzt gut verhattet? Ganz ehrlich, Lukas hat mich vollkommen nachgeschossen. Du hast mich gerade angeschossen und ich bin hier? Es ist, es ist, es ist, es ist, es ist. Du willst mich ja töten, oder? Ne, 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 top, weil du denkst, du denkst, du denkst, du denkst, du denkst, ich glaube, ich vertraue dir mal, ausnahmsweise. Habt ihr Soul-Crystals? Zwei Soul-Crystals, ich mach hier ein bisschen. Ryan wollten Danja töten. Das haben die zu mir gesagt und Ryan hat eben probiert, mich zu töten. Das heißt, ähm, Khan, warum wurde Khan eben getötet? Ich weiß nicht, ich hab ihn wiederbelebt. Ich hab ihn gerade auch, weil sich alle mit Danja auf einmal verbündet haben. Wo, ich glaub, Candy? Ja, du und Ryan haben zu mir gesagt, die was. Der ist tatsächlich komisch, ruhig. Ja? Habt ihr Soul-Crystals, dann kann ich den Namen eines Wolfes erfahren. Ähm, ich hab schon, äh, also, äh, ich hab zwei Namen, ich hab zwei Namen bekommen und ich weiß... Danja ist es, Leute. Also, wer ist es jetzt? Oh mein Gott. Ey, Candy, schieß. Flo, 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 komm mal mit, ich hab geheimen Infos. Welchen Namen hast du denn? Okay, wo? Candy, du kommst ins Gefängnis, tschüss. Warte mal, ich kann Candy nicht auswehen. Okay, dann kommt East ins Gefängnis. Flo, komm mit. Ja, okay. Geheimen Infos. Okay, 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 okay. Oh, hyperspeed. Oh, viel zu schnell. Ja, 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 ja. Oh mein Gott, wie schnell ich hab mal durch den Band. Alter. Was ist das denn? Okay, okay, was ist, was ist? Pass auf, ich habe geheime Infos, dass... Ich bin Flo, ich bin es. Nein, Rein. Ey, mit hyperspeed ist ja so schlimm, ich kriege gar nichts hin. Nein, nein, nein. Okay, warte. Ich bin der Officer. Du bist Officer, nicht im Halt. Ah! Ich kann mich nicht bewegen. Ich auch nicht. Ich hab die Kartoffeln nicht. Es muss eigentlich jetzt Lukas sein. Ryan ist tot, Nummer 1 weg. Es stand Khan oder... Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Leute, Khan ist safe. Julian ist es. Hallo. Khan ist es. Julian. Nein, es muss Lukas sein. Es muss Lukas sein. Es muss Lukas sein, ja. Er schlägt Lukas, ja, ja. Ey, er schießt richtig ab. Lukas ist es. Lukas, sei ehrlich. Ey, ich bin es nicht. Es ist Ryan, es ist Ryan. Ryan, bist du selbst wieder? Nein, nein, ich bin es nicht. Lukas, Ryan hat mich gekillt. Er hat mich gekillt. Nein, hab ich nicht. Nein, wieso reibst du mich an? Er hat doch gar nichts gemacht. Ich hab dich nicht gekillt, Flo. Wird... Nein, nein. Warte, beruhigt dich, beruhigt dich. Warte, ich droppe dir. Hier, Enderperlen. Enderperlen. Was willst du noch ab? Nein, er hab mich... Wieso dreht es dich nicht, Flo? Flo, wieso dreht es dich nicht? Ich weiß nicht. Ich kann auch meine Sachen nicht nutzen. Ich glaube, ich wurde verflucht. Flo? Lukas, Lukas, ich vertra... Du dachtest mir irgendwas zu sagen? Nein, ich dachte, du bist es. Aber ich dachte... Aber es dreht mich. Das ist doch doch ihr Dings. Das kriegen nicht alle, oder? Leute... Yo! Oh mein Gott. Verloren. Es war easy, Ryan. Ryan hat sich echt verraten. Easy? Let's go. Oh mein Gott. Ich war am Ende richtig verflucht. Na, Ryan, du hast das richtig schlecht gemacht. Leute, das einen Like noch bis zum nächsten Mal. Abonniert mich heute rein. Shopbookers.com Glückwunsch, euer Weihnachtsgeschenk. Und ciao, Leute.